Unser Leben ist Mobilität. Und dafür haben wir uns ein beeindruckendes Verkehrsnetz geschaffen. Zudem bieten uns digitale Technologien die Möglichkeit, Verkehrsströme in Echtzeit zu analysieren und zu optimieren. Jetzt heißt es also, Mobilität und Digitalisierung erfolgreich zusammenzubringen. Das Team des Forschungsprojekts Digitales Andreaskreuz, kurz DIAC, startet die Aufbauten für einen der finalen Testläufe der gemeinsamen technologischen Entwicklung. Fünf Partner aus Industrie, Forschung und Wissenschaft hat die Arbeit rund um die Digitalisierung von Bahnübergängen zusammengebracht. Gut ein Jahr lang wurde gemeinsam geforscht, entwickelt und immer wieder im Feld getestet. Und das alles rund um die Frage, wie kann die Aufmerksamkeit aller VerkehrsteilnehmerInnen an Bahnübergängen erhöht werden? Denn tatsächlich ereignen sich die meisten Vorfälle an den über 16.000 Bahnübergängen in Deutschland aufgrund von Fehlverhalten von VerkehrsteilnehmerInnen. Das Projekt DIAC kann die Aufmerksamkeit von VerkehrsteilnehmerInnen an Bahnübergängen erhöhen und so einen Sicherheitsgewinn für den Straßenverkehr bieten. DIAC vereint dazu Hardwarekomponenten mit neuesten Softwareentwicklungen. Die am Bahnübergang angeschlossene Siemens Mobility Einheit erfasst die Daten, die von der Leitzentrale kommen und macht sie für die weitere Verwendung softwareseitig nutzbar. Die Informationen werden dann parallel an die Entwicklung des Hasso-Plattner-Instituts übertragen. Der HPI-Konverter übersetzt die einfließenden Daten aus der Bahninfrastruktur in ein Kommunikationsformat, das per Mobilfunk ins Internet ausgesendet wird. Das Testfahrzeug empfängt die Informationen aus der Cloud und übersetzt sie in Displaymeldungen, die FahrerInnen automatisch auf dem aktuellen Stand halten. Während der Fahrt ebenso wie beim Warten am Bahnübergang. Eine nur auf den ersten Blick reine Komfort- und Servicefunktion, denn viel mehr ergeben sich neuartige Sicherheitsaspekte. FahrerInnen, die besser informiert sind, nehmen Wartezeiten unterbewusst entspannter wahr und werden bei der Anfahrt und beim Warten an Bahnübergängen potenziell nicht so schnell leichtsinnig. Die im DIAC-Feldtest eingesetzte Datenübermittlung per Mobilfunk bedeutet, dass ein Einsatz theoretisch schon morgen möglich wäre. Wir nutzen technologische Systeme, die in unseren Autos bereits in Serie sind. Die Informationen werden über webbasierte, abgesicherte Cloud-Systeme ins Fahrzeug gesendet. Und dies bildet eben die gesamte Wirkkette ab von Echtzeitinformationen, die wir aus der Verkehrsinfrastruktur erhalten, um den Mobilitätssektor sicherer und effizienter zu gestalten. Das Projekt DIAC baut alle seine Feldtests auf den für den Mobilfunk genutzten Standard 5G auf. Hierzu müssen die Echtzeitinfos vom Bahnübergang zunächst in den Kommunikationsstandard ITS G5 gebracht werden. Diese Daten werden dann zum HPI-Konverter übermittelt, der die Daten wiederum in ein Format übersetzt, das per 5G-Funk ins Internet gesendet werden kann. Nun können Fahrzeuge, die mit 5G-Mobilfunkempfang ausgestattet sind, die Infos aus der Cloud direkt verarbeiten. Fahrzeuge, die mit dem ebenfalls existierenden Funkstandard ITS G5 ausgerüstet sind, könnten alternativ die Daten direkt von der Roadside Unit empfangen. Für ein Aussenden per ITS G5 und die Datenaufbereitung im Test bringt Siemens Mobility Technologien ein, die sich schon vielfach im realen Einsatz bewährt haben. Etwa an intelligenten Straßenkreuzungen. Eine Nachrüstung von Bahnübergängen wäre ebenfalls ohne großen Aufwand machbar. Und auch Fahrzeuge lassen sich bei Bedarf für den Empfang per ITS G5 Funk nachrüsten. Dass das Projekt DIAC überhaupt zwei auf dem Markt parallel existierende Funkstandards zusammenbringen kann, ist sicher auch der Beteiligung der Wissenschaft zu verdanken. Das Forscherteam des renommierten Potsdamer HPI versteht seine Aufgabe im Projekt als neutraler Vermittler. Unsere Software ist eine offene Software und macht eben den Brückenschlag zwischen verschiedenen Industriepartnern, die jeweils ihre proprietären Lösungen mitbringen. Der HPI-Konverter, der vermittelt genau zwischen 5G und G5. Eine Echtzeitkommunikation über Funk könnte ihren Vorteil besonders ausspielen bei der Digitalisierung von nicht technisch gesicherten Bahnübergängen. Denn eine Übermittlung von Echtzeitdaten aus der Bahninfrastruktur an den Bahnübergang selbst erfolgt hier ja prinzipiell nicht. In diesem Fall wäre es aber denkbar, dass die Informationen direkt vom Zug selbst kommen. Züge könnten dafür einfach technisch nachgerüstet werden. Bei der Annäherung an einen Bahnübergang werden die Echtzeitinfos vom Zug an die Roadside Unit übermittelt. Diese sendet die Daten dann wieder in eine Cloud-Lösung oder funkt sie parallel direkt an sich annähernde Fahrzeuge. VerkehrsteilnehmerInnen können so die Echtzeitinformationen vom Zug empfangen und verarbeiten. Gerade bei nicht technisch gesicherten Bahnübergängen würde damit die Wahrnehmung der FahrerInnen geschärft. Bahnübergänge und Züge werden bei der Anfahrt nicht so schnell übersehen und eventuelle risikoreiche Manöver verhindert. Für die Deutsche Bahn sind die Diag-Entwicklungen an den nicht technisch gesicherten Bahnübergängen besonders interessant. Denn genau hier könnte schon sehr bald ein konkreter Einsatz von Nutzen sein. Durch die Gesetzesvorgaben der Europäischen Union sind wir dazu gezwungen, in den nächsten Jahren sämtliche Bahnübergänge technisch abzusichern. Und wir sehen das digitale Andreaskreuz als eine Möglichkeit, mit der man diese Anforderungen umsetzen kann. Als Proof of Concept will das digitale Andreaskreuz aber vor allem den Weg ebnen für zahlreiche weitere innovative Ideen und Anwendungen. Doch dabei ist auch klar, dass die Feldtests nur einen sehr kleinen Ausschnitt der wirklichen Möglichkeiten abbilden können. Und so wird die simulierte Skalierung der Testläufe zum bedeutenden Element. Denn nur so kann über mögliche größere Szenarien nachgedacht werden. In dem Feld haben wir das Diag-Modul nur bei zwei echten Bahnübergängen getestet. In der Simulation gibt es hunderte Bahnübergänge und alle diese Bahnübergänge interagieren mit Fahrzeuge in der V2X-Reichweite. So testen wir Ideen und Konzepte für Smart Cities und smarter Infrastructure. Diag steht damit nicht nur für die technologische Umgestaltung von Bahnübergängen. Vielmehr spiegelt Diag eine Vision, in der komplexe Verkehrsströme durch den Einsatz digitaler Technologien intelligent in Echtzeit geleitet werden. Eine Vernetzung mit Verkehrs-Apps und Infosystemen kann die Aufmerksamkeit aller am Verkehr Beteiligten erhöhen und Komfort und Sicherheit auf ein neues Level bringen. Im Projekt haben wir jetzt drei Services dargestellt, aber das ist nur der Anfang. In der Zukunft kann man diese Daten für andere Services benutzen. Da sind, glaube ich, nur durch die Fantasie die Grenzen gesetzt.